so neuer versuch neues glück was ist der pisseingang bin ich nie überhaupt bin auf der rückseite da muss ich rein und das schöne ist ich kann ja noch hier ganz vergessen ein schläger trupp hallo ja dann kommt mal her räumt mal ein bisschen mit auf ich komme danach ich gehe mal nach oben war kommt immer hier unten auf verdammt ich kann hier nicht weg du sollst aber nicht weg wo ist der sack wo liegt geld rum ich hab nicht schon eher gemacht habe ich gehe mal lieber nicht her gekommen so komm mal her jung ja ich musste es ja tun so war ich nicht direkt schon so gemacht video zuweisen ich schicke sie dir und denke nur weil Braco ein Idiot ist ist er noch kein Weichei wahrscheinlich wird er ein paar Leute losschicken um sich zu killen das hört sich aus da ich dir Braco und schlag ihn von mir aus bin er weich aber bring ihn nicht um das erledige ich ja da kommt der ganze nachschub wieder an diese ganzen doobles ja kann er das jetzt bin ich wieder unten ich wollte doch ganze geld einsammeln da liegt ja auch noch geld rum ja nachdem du jetzt einen gesundheitsbalken mehr hast kannst du mehr schaden wegstecken ja das ist schön triff dich mit Vito ja dann fahren wir nach Vito ich habe übrigens gerade noch eine neue Waffe gekauft weswegen mein Konto jetzt ein bisschen gepflückt ist hatte ich nicht ein Auto ja egal nehme ich das hier steht ja gerade hier rum also können wir das mal mitnehmen und dann fahren wir mal zu Vito der direkt hier um die Ecke ist anscheinend ups was was jetzt denn oh ja 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 macht die Musik weg oh scheiße gib gas karre ja ich gebe ja schon gas aber die karre ist nicht gerade die schnellste du misst aber auch so da ist er wieder schnappt hier greco ja erst mal den ganzen anderen abwimmeln hier die da hinter uns sind schießt auf die reifen mann wo einer weniger drücke hier ist nicht gleich die kugel getroffen meine fresse was ist das von uns? ok lass mal durchblicken ja ja nehmen wir erstmal mit ja die hängen wir mal eben ab ja 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 ich würde sagen ja 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 Ja, ich hab dir alles gesagt, was du vorgibst. Kannst du mich jetzt richtig glauben? Ja, sicher. Ja, sicher. Verdammt, voll Idiot. Ich meine, ich meine Leute schon weg. Du brauchst nicht hierbleiben. Aber vergiss unseren Deal nicht, ich würde anfangen an Alarm was zu holen. Denn ich weiß, wie das Leute fliehen in den Scheißkohle. Ich meine, ich weiß jetzt für eine Frau namens Frau Mama. Die Bahn, nein. Nein, das ist das Mesterchef. Ich weiß nicht, ob sie was braucht. Vielleicht ein Willkommener-Nied-Kredits-Gerich. Und wo ist sie? Im Lageramt. Was machst du mit mir? Auch hier brauchen die Fische tatsächlich was zu holen. Du hast es gesagt, dass Marcano ein Cardino in der Stadt bauen lassen will. Ziemlich früh. Michael Grecker und Lincoln davon erzählen. Und Lincoln Clay plante ganz speziell Personen ins Visier zu nehmen, die mit Marcano's Casino-Clanen befasst waren? Selber knapp bei Curses. Bestechungsgeld für die Legalisierung des Glücksspiels war hoch. Und er musste die Kommission bei Laune halten. Das hat Lincoln zu seinem Vorteil ausgenutzt. Er zwang Sel zu ein paar heftigen Entscheidungen. Entscheidungen, die seine Handlungsfreiheit einschränken. Das war's. Weißt du was? Sie machen zweimal so viel Schotter mit Heroin, als uns dieses dumme Scheiß-Casino bringt. Vielleicht sogar dreimal. Es geht mir nicht zum Tisch. Worum das? Hä? Alles, was ich von dir höre, ist... Du hörst jetzt bitte eine Entschuldigung auf! ...skattiert und bezahlt deine Scheiß-Schulden! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe mich gemerkt. Ich habe mir gelangt. Ich habe mich gemerkt. Ich habe mich gemerkt. Ich habe mich gemerkt. Ich bin gerade seit 191, bis jetzt hoch! Ich bin geradeherr, bis jetzt weg! Du hast mich gemerkt? Aber es war gut, ja? Ich verspreche. Aber wir haben diese Schwarz-Schule oder der Flachie. Ich habe mich manger, aber noch muss das mit ihm gut! Ich denke ich perücke, was ich mir gehört. Es war noch so weit, ich bin immer wieder in der Lage. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Fische brauchen Futter, Errungenschaft, schön Guck mal hier ist noch so ein Kasten, gleich den aktivieren So Ja, dann würde ich sagen, fangen wir da nochmal hin Beruf ein Treffen ein, soll ich die Karre nehmen hier Dann düsen wir da einfach mal hin Samson trifft da dem Autolieferant zugefügt Wieder mal da weg Was rennt er eigentlich mit so einem Bauhelm über die Straße 1200 Entfernungen Müssen wir da einfach mal hin So, wir müssen bremsen hier Das war ich nicht, die sind von alleine umgefallen Wer braucht schon einen Stoppschilder Ich nicht Also zumindest nicht wirklich So, hier Durch der ganze Sumpfgebiete, was das ist hier Ne, ist gar nicht das Sumpfgebiet Das glaube ich woanders Das ist ja weiter unten gewesen Wo sind wir jetzt oben Und ist ja schon wieder Nacht übrigens Ist eigentlich immer nachts Wenn man durch die Gegend eiert Oh, wir sind da Angekommen beim Treffen Schön Können wir da eigentlich mal reingehen, wa Wha Shouldn't we Te�